Nein, 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 was ist denn jetzt los? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh Gott, auf die Straße, auf die Straße, auf die Straße. Wieso ist jetzt das Warnungsteil erschienen? Versteh ich nicht. Bin ich immer. Bin ich immer. Boah. Wo sind wir denn? Ich fahr hier außen rum. Lenken. Der lenkt nicht mehr so schön. Wieso? Lenkt doch mal. Ach du. Schnell zurück. Schnell zurück. Schnell zurück. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Wo müssen wir denn hin? Ach nö. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Nö, komm. Wir sind doch... Ja, schön. Danke. Die fahren doch hier direkt vor uns. Also, wieso sind wir hier falsch? Du bist nicht in der Formation... Ach so, in die Formation zurückgekehrt. Ja, toll. Ich hab was verstanden von Linienformationen. Na, ich dachte so, links und rechts nebeneinander. Ach, jetzt leben hier noch welche oder... Nö. Alle. Naja. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. So, hier, komm. So, hier. Den nächsten. Ah, hau ab. Und komm. Ha, ha, ha. Guten Morgen. Und weiter geht's. Und tschüssi. Ui, hau ab hier. Hau ab. Ich mach mich jetzt so platt. Ah, ha, 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 ha. Nö, 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 nö. Nö. Hey. So. Ho, ho, ho. Ah, schön. Neue Opfer. Und Sprung. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Mist. Der ist weg. Immer noch nicht. Was ist denn jetzt hier? Komm, verschwinde. Und du da auch. Und wo ist der andere? Ja, und einer lebt noch. Den hat's... Oh, bin ich hier schon wieder gegen gefahren? Das tut mir leid. Aber, naja. Ich stehe schon wieder sehr ungünstig. Ich hab den einen Typen hier schon mitgerissen. Das wollte ich eigentlich sagen. Au. Nach. Voller nehmen. Das darf doch nicht... Warte, warte. Jetzt. Na, geht doch. Kanone. Warten. Ja, mach ich. Ey, das ist doch hier. Ne, komm, Freunde. Schluss. Schluss. Ach, da steht da gar keiner. Ups. So. Nein, ich stell das wieder nicht ein. Könnte vergessen. Da vorne läuft noch einer. Ich hab ihn dieses Mal... Haben feindliche Fahrzeuge und Infanterie angegriffen und zerstört. Over. Ha. Naja, also diesmal bilden wir wirklich ein Grüppchen. Machen wir so. La, 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 la. Was ist denn das? So, ich schieße schon mal. Das da hinten gefällt mir nicht. Dauerfeuer. Was sind denn das da für komische Fabrikgebäude? Hm. Die reißen wir direkt ab. Die armen Bastarde hatten keine Chance. Wer seid ihr? Ich, Mann. Envel 6634 ist jetzt an Kontrollen. Wo sind sie? Da. Verstand. Die Sitzmissionen vor und aus. Das war ein Volltreffer. Okay. Okay. Konzentriert sein. Seht euch diese Scheiße an. Warum könnt ihr nicht durch die Wüste? Das ist doch ähnlich. Ja, hab ich ja auch versucht. Aber das dürfen wir nicht. Dann gibt es nämlich diese Sperrung, Warnung, Warnung und dann schlüpste. Versuch das nicht durch die Wüste. Vollgas, Vollgas. Was machen wir nun? Erreiche Schnellstraße 1. Ich glaube, wir sind schon drauf, ne? Ist mir hier jemand hinten raufgefahren? Ich glaube es nicht. Nö. Das klingt aber komisch. Was jetzt? Soll ich nach vorne? Ah ja. Okay. Und nun? Ich laufe doch nicht nach da vorne. Die schießen ja jetzt schon auf mich. Versteckt euch mal alle schön da hinten. Ach, die stehen hier auch. Das ist aber riskant. Der geht doch gleich wieder in die Luft und wir sind tot. Oh, Alter. Ich verstecke mich jetzt nicht hinter dem Fahrzeug. Das klingt. Das klingt. Ne. Ja. Den hast du schon erwischt. Schön. Was soll ich denn jetzt? Ach, jetzt soll ich wieder zurück? Ey, was soll ich denn machen? Das ist ganz ungünstig. Aber wir sollen hier bleiben. Oder wie? Naja, wir haben Zeit. Wir legen uns mal hin. Wie ging das noch? Genau. So. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Was macht der hier? Stürmen die? Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nichts machen. Also, nur mal so als Info. Folgen. Ich bin doch da. Ich folge dir doch. Ich will nochmal Missionsziel. Das muss doch irgendwo stehen. Mission neu starten? Ja, reichlich schnellstrasse. Ja, das haben wir doch. Naja, ich würde ja gerne stürmen, aber ich kann ja nicht schießen. Von daher, boah, hätte das ja reichlich wenig Sinn. Vielleicht soll ich hier einsteigen oder was? Ach, jetzt sagt... Ach, Mann, jetzt kann ich mich wieder durchrätseln, ne? Soll ich nachher hier vorne laufen? Hallo? Wie geht es euch? Hm. Komisch. Bewegen. Ach, ich muss mich bewegen. Warte mal, warte mal. Was bewege ich jetzt? Schieß nicht auf mich. Ich rätsel hier erst noch. Ich bewege dich nach vorne. Pass mal auf. Geh nach vorne. Ich bewege dich. Das ist doch... Na, wo kommt der Text? Text. Text. Wann wird denn der Text hier eingeblendet? Da stand gerade noch ein Text. Ich will den Text sehen. Bewegen. Was bewegen? Bewe... Ah. Wir müssen uns hier raufstellen. Dann steht da ein Text. Ne, nicht mehr. Och, Mann, oh, da stand gerade gerade ein Text. Hat gerade getappt. Wenn wir uns hier rauf... Und hier... Ich finde das dämlich. Ich kann keine Waffe wieren. Ich kann nicht schießen. Und er macht hier auch nichts. Was denn jetzt? Ich laufe jetzt nach da vorne. Bitteschön. Ich laufe mitten auf die Schnellstraße. Ohne schießen zu können. Boah. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ha. Jetzt kann ich... Kann ich nicht. Ich will schießen können. Das geht nicht. Hä? Hä? Mogeln wir uns nun so durch. Probieren wir es aus. Eigentlich müssten wir sterben. Oh mein Gott. Wir machen das heute ganz friedlich. Wo laufen wir hin? Was machen wir? Gehen wir erstmal rechts rüber. Passt mal auf. Hier haben wir nämlich ein bisschen Schutz. Ja, toll. Da dürfen wir schon mal nicht mehr lang. Und wenn wir jetzt hier... Das geht noch. Ja. Wir stürmen durch. Uns kriegt niemand mehr. Ich will schießen. Es geht immer noch nicht. Ah, ja. Das tat wirklich weh. Ich laufe. Ich hau... Nein, hier nicht. Hier lang. Ich hau ab. Ich laufe jetzt die ganze Straße bis nach da hinten. Oh, wir sind gleich tot. Hinlegen. Ey, Mann. Wie könnt ihr uns denn treffen? Na, endlich. Ja, wartet. Ich will erstmal schießen können. Das geht irgendwie nicht. Darf ich jetzt hier mal schießen? Ich laufe nicht zurück. Das ganze... Ich laufe hier nicht zurück. Ich laufe jetzt zum Fahrzeug. Ich fahre damit. Bis nach da hinten. Ja, zu weit darf ich gar nicht laufen. Hä? Was haben die denn jetzt hier für Probleme? La, 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 la. Ein Häschen auf der Straße. Und das Häschen will sich schnell verstecken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Blöde Warnung. Geh weg. Ach, Gott sei. Zum Glück. Hier bin ich. Haha. Ihr trefft uns nicht. Ihr trefft uns nicht. Ah. Jetzt geht's los. Ey, ich laufe doch jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen zurücklaufen, ne? Oh, wenn wir das denn schaffen. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Ich springe. Ich springe. Und ich weiche aus. Und ich hab irgendwie keine Chance. Ich hab keine Chance. Aber noch leben wir. Er springt gar nicht. Geh weiter. Geh weiter. Er hängt hier fest. Treibsand, ne? Da steckt man dann des Öfteren mal. Ein bisschen mit den Schuhen fest. So. Ausgeruht. Weiter geht's. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Komm, komm, komm. Weiter. Hinlegen. Weiter. Hinlegen. Weiter. Hinlegen. Weiter. Hinlegen. Weiter. Hinlegen. Ins Geppusch. Weiter. Hinlegen. Weiter. Hinlegen. Ah, ja Ah, ja, ja Ja, juhu, wir sind wieder da So, Freunde Habt ihr was bewegen können, ne, um das nochmal aufzugreifen? Ja, er steht immer noch bewegen Ich hab mich jetzt, ich hab mich tierisch bewegt Das war ein Jogginglauf hier Also, wie sieht's aus? Was meinst du? Was soll ich machen? Oh, das Nee Ja, also irgendwas stimmt da hier nicht Wir gehen jetzt mal Ach, da kommen wir nicht rauf, schade Ja, schön Dann laufen wir mal hier links lang Wieso nicht? Wir schauen uns die Brücke an Wir gehen da mal hoch Dürfen wir nicht Das war ja irgendwie zu erwarten Dann gehen wir hier lang Dürfen wir auch nicht, das war ja ebenfalls klar Und hier auch nicht Ach, was wollt ihr denn jetzt von mir? Das kann doch alles nicht wahr sein Hallo Hallo Ja, Freunde Ich würde sagen, wir wenden die Aufnahme hier Ich hab keine Ahnung, was er von mir will Bewegen, bewegen Was soll ich denn bewegen? Es gibt doch keine extra Information Dann sollen sie zu mir schreiben, was ich hier bewegen soll Erreiche schnell Straße 1 Aber das ist doch hier Kann ich denn einsteigen? Also das testen wir jetzt nochmal Ich mein, ich will das Spiel jetzt hier auch nicht verkack eiern Aber ich hab wirklich keine Ahnung, was wir hier machen sollen Es gibt zu wenig Tipps und Tricks Keine Ahnung Man muss doch zumindest wissen Was denn da Oder er kann doch zumindest mal ansagen Steig ins Fahrzeug ein Oder was weiß ich was Hä? Ach Also ich hab Ich hab keinen Plan Wir sind bis nach dahinten gelaufen Wir schauen hier bei jedem Fahrzeug nach Was soll ich denn jetzt noch machen? So, woran hapert's denn? Hast du ein Problem? Willst du über irgendwas reden? Hm? Irgendwie Na? Der sagt ja nix Was soll ich denn hier machen? Der sagt nix Ich übernehme das Kommando Das reicht mir jetzt So, Freunde Ich will erstmal eine funktionierende Waffe Damit das klar ist So, gib mal gleich mal deiner her hier Die ist ja auch noch schön getarnt Ach Die Brille nämlich auch Die ist ja gar nicht so schlecht Ach, immerhin bewegt der sich mal Naja Okay Ich hab keinen Plan Wir hören jetzt hier auf Ich weiß gar nicht Dann geht's ja gar nicht mehr weiter mit Battlefield, ne? Ach Okay Freunde Wir hören auf Ich Probiere noch einmal auf den Panzer zu springen Und dann sag ich tschüss Na, das war mal gar nix Wir springen da rauf Was ist denn das? Ja, so ist das Rohr normal Und ja Bitteschön Bitteschön Das ist Battlefield, sag ich mal Na Ich bin so enttäuscht Ich bin so enttäuscht Das gibt's nicht Boah, ist doch kacke Ne, ich hör jetzt hier auf Ich weiß auch nicht Was wir jetzt hier machen sollen Vielleicht hat's euch trotzdem gefallen Ich hoffe es Und dann Sehen wir uns nochmal Beim Bewegen Wer weiß das schon Bis dahin sag ich Tschüss, euer Tom Für Lepzenka macht's gut Schaut vielleicht ein anderes LP auch noch Eventuell haben wir da ein bisschen mehr Erfolg Bis bald Bis bald Untertitelung. BR 2018